So, wir machen heute weiter mit Assassin's Creed Syndicate und ich guck mal gerade, wir haben ja hier eine Mission ziemlich nah beieinander. Okay, das heißt, da sind noch zwei Kisten, wenn ich es richtig gesehen habe, und die Mission. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich hier rumgehen kann, weil ich will da unten auf diesem Häuserdach landen. Ja, und endlich haben wir es geschafft, liebe Leute, nach so vielen Folgen, so vielen Versuchen, wir haben Miss Plump endlich erledigt. South Park ist komplett erhobert und dafür gibt es erstmal einen Spruch ins Heu, nein, in die Blätter. Oh ja, ähm, kurz gucken, weil ich war jetzt noch schnell, ich muss nur ganz, ganz, ganz kurz, ganz, ganz kurz gucken, wo die Kisten sind. Die sind nämlich, eine steht hier unten, oder sollte hier unten stehen, ist das da? Ist das nicht da? Ah, die Frage, wo steht die? Warte mal. Bei den Kisten können wir uns wichtig sein, weil die vorliegen, a, Geld beinhalten, b, noch Materialien enthalten. Und daher will ich gerade mich mal noch verschärfen, der steht, da steht die also, ach Gott, ernsthaft steht in dem Gebäude drin, kann das sein? Oder sehe ich das gerade absolut nur falsch? Ich muss gerade nur mich, nur mich gerade orientieren, ich sehe sie nämlich nicht gerade auf Anhieb. Ach, da unten, na, ist egal. Wo steht denn diese Scheißkiste? Sie ist hier echt in dem Gebäude drin, kann das sein? Ah. Hm. Kann ich da rein? Nee, ne? Ha, kommt mich zu Hause. Arschlippen. Lassen wir gerade mal Kiste sein und gucken uns erstmal hier ein bisschen um, sonst weißt du was, was wir jetzt gucken, wir uns um. Wir machen die Mission jetzt als nächstes. Das ist die Hauptmission. Kurz gucken. Kleine Katze hier, die klettert mal da hoch, äh, bzw. jetzt hier runter. Feines Präsenz sind eh keine da. No, Medizin, ja gut. Okay, schon, irgendwie hin. Die Lady mit der Lampe. So, Kaffee ist am Start, ich bin auch am Start. Wie gesagt, heute ist eigentlich Donnerstag, ja, ich weiß, was heute Abend ein Livestream wäre. Ist aber nicht, weil ich, wie gesagt, schon angekündigt habe, gestern eine Zahn-OP hatte und da ist es mit dem Stahl. Möchte ich einen Tag noch eine Vollnarkose, keine Zahn-OP. Okay, ich kann jetzt jemanden gehen, aber gar nicht Monaco. Naja. Naja, nicht wirklich. Oi, 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 die arme Kleine. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist der ja keine Ahnung, wie viele Kilometer jetzt weg. Bringen Sie sie rein. Hopp. Sie brach zusammen? Ja, sie sagte andere Namen Tonicum, aber es half nicht. Das denke ich mir. Seit dem Mord an Elliotzen wird der Stadtteil mit gefälschten Tonicum überschwemmt. Sie braucht Ruhe und Pflege. Aber ohne Medikation wird sich ihr Zustand schon bald verschlechtern. Was brauchen Sie? Ich brauche Vorräte. Und zwar viele. Und Medizin. Einige der rahen Zutaten werden gestohlen und dann versteigert. Ich helfe Ihnen gern. Das heißt, wir müssen... Miss... Frey. Evie Frey. Also müssen wir wahrscheinlich jetzt nur noch Zutaten holen. Sehr erfreut. Florence Nightingale. Gale. Nightingale. Gale. So heißt die junge Dame, oder... Naja, wie immer sei. Okay, gehen wir mal rein in die Missionen und wir haben... Oh, wir haben ein Zeitslimit. Den Hausierer aufspüren. Was für ein Hausierer? Und ich gehe oben rum. Mal gucken. Ob wir die Zeit... Wie die Zeit bemessen, soll man das hinkriegen? Hm. Nein, nein, nein. Du sollst da eigentlich wieder hoch, meine Freundin, meine Gute. Warte mal. So, ich muss mal hier runter... Ach, geh mal runter. Die Kiste lasse ich jetzt gerade mal Kiste sein, weil die ist jetzt gerade eher uninteressant. Das ist mir gerade herzlich egal. Kümmer dich bitte um wen anders. So, ich gucke mal gerade. Was ihr da hinten jetzt gerade... Bremst mir auch einen Moment. Alles egal. Auch hier steht wieder eine Kiste. Aber auch die ist jetzt eigentlich ziemlich Wurst. Gute... Ach, nicht ernsthaft jetzt zu zeichnen. Da hinten. So, ist mir gerade egal. Ja, ist mir egal. So, einfach zurück jetzt. Nur weil du da drüben bist hast. Lass mich in Ruhe. Hoffentlich hat das richtig mehr. So, wir müssen, glaube ich, jetzt... Ne, wir müssen in der Apotheke aufspülen. Ach Gott, wir müssen Leute aufspülen. Also, wenn wir jetzt ein Typ mal in Hausierer aufgespült. Jetzt hören wir uns dann als Apotheker. Angeblich soll ich ja keine... Soll ich ja keine Zivilisten töten? Mal gucken. Wir haben noch fünf Minuten. Das kriegen wir schon. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sind. Das ist das Problem an der Sache. Aber ich weiß jetzt nicht, was mich genau erwartet. Ich gehe mal hier runter. Aber das Gute ist, ja... Ich wollte mir jetzt eigentlich nie... Eigentlich wollte ich nur niederschlagen. Ist mir aber auch in einem Moment scheißegal. Ich komme mal mit, die zwei. Ich kann euch vielleicht gebrauchen. Okay, keine Präsenz. Scheiß Glocke, weißt du? Ich weiß, dass du mich hören kannst, weil... Ich glaube, du hast mich geschossen. So, nehmen wir mal die Glocke raus, bis vor hier irgendwas ist, dass die irgendwelche... Ich glaube, wir haben eine Glocke raus. Ich weiß, dass die Glocke rauskommt. Das ist ja... Ich weiß, dass die Glocke rauskommt. Ich weiß, dass die Glocke rauskommt. so sprechen wir mit ihr ich kann sie nicht genug danken diese vorräte sind für miss nightingale ich will sie abholen sie wurden schon auf den wagen geladen bitte nehmen sie sie noch ein ernsthaft jetzt dass wir nicht raten dass ich raten die zeit läuft weiter und wir müssen die typen versuchen zu fangen natürlich läuft die zeit weiter drei minuten der apothekerwagen unter einer minute entferner super aber das wird wahrscheinlich machen die mapper sein aber wir kriegen es an versuchen zu kriegen wichtig ist erstmal dass wir den linken dass wir die typen bekommen wo er hat sich ein bisschen an die laterne gehen das könnte unsere chance sein ja du sollst du nicht typisch klar tragen wir fahren so wird hg mir nicht auf und müsse Ja, das ist mir gerade egal, weil die Ushu-Mail auf den Sack geht. So, jetzt so. So, jetzt haben wir noch 100 Meter. Das ist das Gute. Das ist nicht weit. Oh, da gehen mir die Randoms auf den Piss, Alter. Bzw. So. So, dann gehen wir einfach so Randoms auf den Sack, ey. Die Migrant am Ende. Oh, die kommt zu mir, das ist aber erledigt. Das ist das Wichtigste. Moment. Aufgabe ist erledigt, auf jeden Fall. Kein Moment zu früh. Haben Sie die nötigen Medikamente? Wie geht es Ihnen? Sie werden für die Gesundheit. Aber dann erledigt die Kinder. Dank Ihnen verteilen wir wieder echte Medizin. Aber ist das eine dauerhafte Lösung? Ich schlage vor, entsprechende Vorschriften zu erlassen. Lambus steht in ihrer Schuld. Gott sei Dank, die Aufgabe erledigt. Aber ich werde nicht fortgehen, Miss Frye. Aufgabe erledigt. Die Lady mit der Lampe. Den Hausierer nicht töten. Naja, ist egal. Den Apothekerwagen in der Alter einer Minute entführen. Naja, das hätte ich geschafft, wenn ich die Typen nicht da gehabt hätte. Aber sei es drum. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Syndicate. Und dann geht es weiter mit der zweiten Mission, die noch da in der Nähe war. Und ja, schauen wir mal, ne? Bis dahin. Und auf Wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.